Aloha und weiter im Text mit Jack2. Ich möchte gleich am Anfang sagen, ich bin krank und... Achso, okay. Ich hab mich grad voll gewundert, was das jetzt soll. Ähm, ey, 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 ey. Ähm, ja, genau. Was war das? Was war das? Ähm, ich bin gleich wieder da. Moment. So, da bin ich wieder. Ich musste mir diesen Tag nur mal ganz rot und fett in meinen Kalender eintragen. Nämlich der Tag, an dem die kürzeste Spieldauer überhaupt bei mir stattgefunden hat. Also, was war das gerade? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich bin etwas verwirrt. Ähm, aber, uah, Gott. Ja, ich hatte ja jetzt wieder eine etwas längere Spielpause und das merke ich jetzt schon, wenn ich die, äh... Naja, wenn ich die Runden spiele... Hallo? Was passiert hier gerade? Oh, Mann, ey. Kann ich irgendwie sterben? Ich komm nicht voran. Äh... Äh... Läuft's heute nicht so optimal. Was hast du denn für Probleme? Denkst du nicht so optimal. Ähm... Hey. Ähm, cool. Jetzt hab ich nicht aufgepasst. Ja, ich wollte eigentlich sagen, ich bin krank. Vielleicht hört man's, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Äh, und ich nehm heute auch nicht viel auf. Ich möchte nur jetzt für die... Ey, da kürzt noch jemand ab. Ähm, ich möchte nur jetzt für meine Klausurphase ein paar Videos haben. Ähm, wobei, heute ist der erste Tag meiner Klausurwoche, an dem ich zum Glück noch keine Klausur schreibe. Aber das macht nichts. Wow. Wow. Das ist trotzdem kacke, weil ich bin immer noch Letzte. Nicht mehr, aber gleich. Ähm, es war sehr dumm, was ich gerade getan hab, denn ich hab meine Abkürzungsnummer. Hey, das war meiner. Mann, oh. Ganz blödes Gefühl bei der Sache. Oh, oh. Ah. Das war überhaupt nicht knapp. Du bist voll gegen die Wand gefahren, du Vollidiot. Voll. Oh, Mann. Oh, nee. Ich hab schon wieder die Ausfahrt verpasst. Zum Kotzen. Weil ich dann die Blubbels haben will hier, die Energiebälle. Blubbels. Wir sind hier nicht bei Finn and Nemo. Oh Gott. Hm. Genau, fahren wir doch einfach gegen ne Wand. Ich meine, wir haben's ja. Okay. Ah, ah. Mann. Wir sind schon viel zu weit vorne. Mann, das schaffe ich doch nie im Leben. Oh Gott. Oh Mann. Das war knapp. Ja. Das war sehr knapp. Warum gebe ich eigentlich immer Gas? Ich meine, ich könnte ja auch mal anders fahren. Oh Gott. Ach so, ich dachte gerade, ich werde jetzt gleich über... 100. Ah, ich verliere aber trotzdem. Außerdem brennt mein Auto schon. Was war das jetzt? Oh Mann. Das wird doch nichts. Ich fahr ja schon so extrem langsam. Ich spring mal in den Tod. Einfach nur, weil's gut tut, zu sehen, wie er stürmt. So. Okay. Ums. Okay. Ey, 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 ey. Nein. Hört auf zu drängeln. Oi, 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 oi. Oh, oh. Hör doch auf zu schubsen, du Blödmann. Mann, ey. Das gibt's nicht. So. Wie diesmal nicht. Ist doch noch nicht vorbei hier. Das ist ein bisschen größenwahnsinnig, oder? Ja, lach mal. Oh Gott. Ja. Ähm. Ja, doch, doch, verstehe ich, doch. Ich glaube, ich brauche mal wieder eine Co-Kommentatorin. Janice oder so. Einfach nur, weil's dann lustiger ist, als wenn ich's alleine kommentiere. Oh weh. Oh weh. Oh weh. Oh weh. Was? Hey. Oh man. Oh man, oh man, oh man. Oh man. Was hast du gesagt, Dexter? Was hat er gesagt? Irgendwann, du ein Auspuff. Dexter. Schämst du dich denn nicht? Oh weh. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Au. Oh Gott. Na klar. Klasse. Eigentlich müsste ich diese Abkürzungen ständig benutzen. Eigentlich. Weil anders bringt's mir ja nichts. Oh weh. Wär schon schön, wenn ich... Was? Aha. Das Schöne ist, ich hab grad so eine Halsschmerzen, dass ich... Wiedersehen? Dass ich mich nicht aufregen kann, weil's mir zu weh tut. Das heißt, ich schreie heut wenigstens nicht. Und wenn, dann tue ich's nur einmal. Oh Gott, das wird schon wieder nichts. Das ist schon wieder ein beschissener Anfang. Oh Gott. Und das war knapp. Das war richtig knapp. Also ich bin heute nicht die beste Spielerin. Ganz ehrlich. Also heute liegt's nicht am Spiel. Es liegt an mir. So. Ähm. Okay. Läuft. Das hab ich nicht gesagt. Oh Gott. Ich wollt sagen, hab ich nicht gesagt. Beziehungsweise ich hab ja gesagt. Ich hab's nicht gesagt. Ah. Gleich überholt worden. Ganz große Klasse. Okay. So. Oh oh. Oh oh. Oh oh oh. Das wird doch nichts. Ich werde da jetzt gleich wieder überholt. Oh Mann. Aua. Ja, das war sehr knapp. Total. Nicht. Oh Gott. Auf der Innenbahn? Welche Innenbahn? Von redest du, Mensch? Du redest wirres Zeug, Jack. Oh Gott. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will gewinnen. Bitte. Nicht anstoßen. Nicht anstoßen. Fahr einfach. Oh Gott. Ich bin grad so angespannt. Ich will nicht anstoßen. Wo ist eigentlich Mr. Roter Pfeil? Ich seh' nicht. Aber egal. Ich will gar nicht drauf achten. Lalalala. Ich guck' nur geradeaus. Ich guck' nur geradeaus. Oh weh. Ich trau' mich nicht viel zu reden, weil ich mich jetzt gerade irre konzentriere, denn das wär' so schön, wenn diese Mission jetzt vorbei wär. Ich hab' gewonnen. Ich hab' gewonnen. Oh wie geil. Ich hab' gewonnen. Danke. Danke schön. Ich liebe mein Publikum. Ah. Ein tapferer Mann des Volkes. Und wer ist dieser würdige Gegner? In meiner Welt werden gute Leute entweder gekauft oder gebrochen. Also, was darf es sein? Überraschung. Was? Ein kleines bisschen näher. Wir müssen reden. Mhm. Ah. Kapier's endlich. Es ist vorbei, Jake. Die Helden sind schon lange tot. Nur überleben zählt noch. Egal mit welchen Mitteln. Die Stadt gehört mir. Diese Leben gehören mir. Dieser Krieg gehört mir. Und im Krieg sterben Leute. Bitte die. Versicht! Ich geh' wenig Zeit. Oh. Na was? Oh. Äh. Was? Oh. Oh, oh, oh. Oh. Oh, oh, oh. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich möchte gerne ein Auto haben. Nein! Bitte doch. Ich hätte gerne eins. Oh weh Ich werde verfolgt, ich werde verfolgt, ich werde verfolgt Was war das gerade für ein Ton? Gott, Hilfe Sorry, ich leise mir nur aus Doch Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren So, ähm Cool Ähm Ich muss da lang Oh, Entschuldigung Sorry Zum Glück ist es hier nicht so wie bei Assassin's Creed Wo man dann wiedererkannt wird Sorry Oh Mann Ähm Oh Gott Na, hörst du auf Oh weh Ich habe übrigens keine Ahnung, wo ich hin muss Ich folge einfach diesem Totenschädel Entschuldigung Ähm Bitte Danke Lass mich einfach durch Nein Ich glaube ich muss da vorne hin So Zum Palast muss ich doch, ne Oh Gott Nicht anfahren Oh weh Ich fahr hier oben Ich sag Ja ja Wenn er meint So Schau Ich schweb ja gar nicht So Hallo Habe ich Zutritt gewährt Ja, ne Aber Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Paar von Jack 2 wieder Overeen 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 Vielen Dank.